Die Erhard Dentaltechnik ist über Generationen hinweg in bester Familientradition auf höchste Zahnästhetik spezialisiert. Dabei geht unser mehrköpfiges Dentallaborteam individuell auf die Wünsche unserer Kunden und Patienten ein. Bei all unseren Leistungen, von Inlays bis Implantaten, ist es unser Anspruch, einen ästhetischen, körperverträglichen und gesunden Zahnersatz herzustellen, um unseren Patienten ein besseres Wohlbefinden zu ermöglichen. Dazu kommen nicht nur modernste Technologien zum Einsatz. Durch jahrzehntelange Erfahrungen entwickeln unsere Laborspezialisten höchste Qualität und Produktsicherheit. Unsere permanente Bereitschaft für Innovationen zeigt sich auch in der Umweltzahntechnik. Hier setzen wir auf den Einsatz unterschiedlicher Materialien, die individuell auf unsere Patienten abgestimmt werden und dadurch eine hohe Verträglichkeit ohne gesundheitliche Schäden gewährleisten. Eine Herausforderung, die unser Team täglich aufs Neue zu Höchstleistungen anspornt. Das ist Dentaltechnik der nächsten Generation. Dentaltechnik